32 Leben. Alter Falter. Das wird was. Ich will hier nicht nochmal anfangen, Leute. Echt nicht. Ich brauch Leben. Ich muss das irgendwie hinkriegen. Ich krieg das hin. Nein. Scheiße. Nein, 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 nein. Komm mal hier. So ist fein. Aber Dino. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen bugging hier, aber der ist gerade ziemlich pissig drauf. Ich hab nichts mehr. Scheiße. Aber ist mir egal. Ich darf mich noch nicht selbst damit umbringen. Au. Fuck. Kann der bitte sterben? Bitte 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 ich bin so aufgeregt leute ich habe ihn gleich wir haben ihn gleich nein 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 oh mein gott no don't do this Alter Falter wow Alter Falter Alter was kommt jetzt der super endgegner oder was Alter und 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 Alter, hör auf mit der rumspringenden... Wow! Alter! Wow, ich brauche Leben. Kann ich hinter? Danke, oh Gott. Wow! Au! Scheiße! 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 Nein! Nein! Ich schieße einfach nur. Ist mir scheißegal, wo der Typ ist. Das überlebe ich nicht. Nee, mit... So viel nicht lebe, überlebe ich das nicht. Oh Gott! Das möchte ich gerne. Danke! Au! Alter! 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 Ich seh nix! Ich seh überhaupt nix! Alter! Wow! Au! Arsch mit Ohren, ey! Oh Leute! Uuuuuh! Uuuuh! Arsch mit Ohren, ey! Alter! Alter! Falter! Leck mich am Arsch, ey! Ich seh überhaupt nix! Alter! Der Typ ist nervig. Alter. Lass mich da hin. Oh Gott. Ist mir egal. Ich renne da hin. Alter, der dringt mich immer weg. Ey, das ist ja zum... Stirb! Wow. Alter Falter. Sorry, wenn ich laut war. Entschuldigung, wenn es zu laut für euch gewesen ist. Mein Herz. Mein Herz pumpt wie... Ich habe keine Ahnung. Stirb endlich, du Sack. Mann. Leute. Kommt jetzt noch irgendeiner? Oder bin ich fertig? Ich muss jetzt aber hier nicht entkommen, oder? Das wäre jetzt noch das Oberteil überhaupt. Nein. 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 Wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe Turok Dinosaur Hunter geschafft. Ich lasse die Credits jetzt durchlaufen. Ihr wisst gerade gar nicht, wie es mir geht. Ich bin gerade so scheiße durch von dem Spiel. Oh Gott, ich habe Gänsehaut überall am Körper. Aber ich bin, ähm, wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich bin so stolz auf mich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie stolz ich auf mich bin. Wirklich. Alter Schwede, das war jetzt zum Schluss aber echt nochmal so richtig, ähm, ja. Was soll ich dazu sagen? Äh, wow. Wow, also es hat ja echt, ich habe schon, also bei Level 2, 3 habe ich schon gedacht, wow, das ist ganz schön heftig. Da habe ich schon gedacht, Mann, das ist aber ganz schön schwer, ne? Und, ähm, jetzt so die letzten drei Level, die waren echt für ein Arsch, wenn ich das mal so sagen darf. Das war, ähm, ja, aber ich bin stolz auf mich. Ich habe es durchgespielt, ähm, und weiß jetzt auch gar nicht mehr viel, was ich jetzt, ähm, was ich dazu sagen soll. Also, ich bin, oh, der hat einen schönen Nachnamen, Teamsbier. Ähm, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall positiv überrascht vom Spiel. Ähm, es hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, meine Stimme geht gleich flöten, deswegen rede ich auch nicht mehr allzu viel. Ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall bedanke ich mich für eure Unterstützung bei diesem Projekt. Ihr habt mir immer ganz toll viel in die Kommentare geschrieben, ähm, dass es, ähm, ja, dass es noch schwieriger wird und so weiter. Und immer Support gegeben und das finde ich total super von euch. Danke dafür. Und das hatten mich, ähm, ja, das hat mir echt viel gebracht und, ja, mich auch stolz gemacht. Ähm, und was soll ich sagen? Ich bin begeistert von Turok und, ja, damals vor 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren, ähm, wie gesagt, hatte ich es mal kurz angefangen, aber da war ich noch nicht so drin im Spielen wie jetzt. Und hab's dann auch einfach wieder beiseite gelegt und außerdem gar nicht mehr angefasst. Warum auch immer, keine Ahnung. Jetzt habe ich es durchgespielt, jetzt weiß ich, was mich damals erwartet hätte und, ähm, bin echt froh, das jetzt gemacht zu haben. Und, ja, was soll ich sagen? Ich bin positiv überrascht. Mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Projekt gefunden habt, wie ihr mich dabei empfunden habt. Ähm, ja, sollten euch solche Projekte, ähm, gefallen, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare oder Wünsche, ähm, was wir denn in Zukunft mal spielen könnten. Ähm, lasst dem Video gerne ein Like da, ein Abo für den Kanal, würde ich mich ganz doll drüber freuen. Und, ähm, aktiviert die Glocke, damit ihr auch immer schön benachrichtigt wird, wenn hier wieder was, ähm, auf dem Kanal Neues kommt an Videos. Und das ist ja eigentlich jeden Tag. Und, ähm, ich weiß nicht, wie lange die Credits jetzt noch so laufen. Ähm, ich würde jetzt aber meine Shooter halten und ich lasse die Credits einfach durchlaufen. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.